Hallo mein liebe Jogi, schön dass du wieder da bist. Heute habe ich für dich ein ganz tolles Video mit Hüftöffner, also viele Hüftöffner und das hilft natürlich nicht nur für deine Hüfte, aber auch für deinen Unterrücken. Also wenn du so Verspannungen hast oder Rückenschmerzen, dann mach dieses Video mit und ich bin davon überzeugt, dass du dich nachher sehr gut fühlst. Und was brauchst du für heute? Yoga-Matte natürlich oder ein Handtuch, was du finden kannst und vielleicht noch mal ein kleines Kissen oder einen Yoga-Vlog, um dir zu helfen. Also am Ende vielleicht noch mal ein Decken oder eine Decke, meine ich, oder was Warnes, Kuscheliges, für deinen Shavasana. Dann achte darauf, dass du Autoplay abgestaltet hast, am Ende kommen wir zusammen in Shavasana und ich werde mich dann ganz leise wieder verabschieden. Viel Spaß dabei, gewinnt dein Yoga. So und heute fangen wir an in einer linken Haltung, also greif dir mal die Knie und ich lande auf, schläge deine Beine, bewege ein bisschen die Hüfte zum Spüren, ob die Beine auch richtig entspannt sind, die Schultern ein bisschen bewegen. Nach unten, schläge deine Arme ab und tief ein und alles atmen, loslassen, schläge deine Augen und fände jetzt langsam wieder deine Atmung. Dann ein, aus, durch die Nase, dann schläge deine Bauchatmung, fühle den Bauch sich bewegt, dass deine Atmung macht in der Klappe. Ausatmen, komm, ausatmen, komm, müssen wir alle hier und jetzt. Immer wieder einatmen und fließe langsam, wie dein Körper mit dem Energie kriegt, wie dein Darm fließt. Und die Wärme aufbauen. Und die Ausatmung, loslassen. Und nicht nur Gedanken loslassen, aber auch körperlich loslassen. Und die Ausatmung, genau dahin, in dein Becken, dein Beckenboden, Unterrücken, dein ganzer Hüftebereich. Und die Ausatmung bringt dir eine Entspannung. Und mit einer Ausatmung kannst du loslassen. Nehmt jetzt mal die Fußsohlen zusammen. Und öffne die Knie nach außen, folgend öffne die Hüfte, lebe beide Hände auf deinen Musischchenkel ab. Und die Knie nach außen. Und jetzt sind die Schulterblätter zusammen. Und öffne deine Fuß. Und deine nächste Einatmung, ab und tief meine Fuß ein. Und wieder aus. Genieh das Gefühl von Offenheit. Offen. 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 Offenheit in deinen Körper. Offen. Offen. Und in deinen Kopf. Geöffnet. Und losgelassen. Und auch geöffnet. Und etwas Neues zu empfangen. Offen. Offen. Die Augen. Bleib über deine Atmung. Deine Brustatmung. Gib das linke Bein ab. Und zieh jetzt deine rechte Knie. Zurück in deine Brust. Weiche Hände. Und deine rechte Knie. Das linke Bein ist aktiv. Und jetzt dein linker Fuß. Gib das Bein nach unten. Diese Einatmung. Knie ein bisschen nach oben. Richtung dein Kopf. Bein. Sächt. Bei der Ausatmung rückst du dein Knie. Ein bisschen tiefer. Nach unten. Und das linke Bein bleibt aktiv. Mach ein bisschen Raum in deine Hüfte. Für noch tiefere Dehnung. Für mehr Raum in deine Hüfte bereit. Und einatmen. Knie ein bisschen nach oben. Ausatmen. Knie nach unten. Knie nach vorne. Knie nach vorne. Knie nach vorne. Knie mit entspannt. Und tiefe Entspannung, tiefe Gelenke, alles Entspannung, dein Nacken, deine Schultern, deine Hörbäule, bitte in deiner Hüfte. Nochmals tief ein, aus, mit deinem linken Hand auf deinem linken Oberschenkel, streck dein rechter Arm nach vorne in die Seite deines Kies und drück jetzt den Bein und den Daumen zusammen, immer gut um die Innenhiezen zu lassen und dann drückst du dein Arm, mein Kien nach außen. Versuche aber gleiche Zeit auch mein Kien nach oben zu halten, öffne die Hüfte, das linke Bein bleibt aktiv, achte darauf, dass dein Gesicht hier an der linken Seite ausnahmert und ein, ab, jede Aufatmung vielleicht ein bisschen schiefer, aber immer vorsichtig mit deinem Körper. Und dann fülle deine Hüfte, ein bisschen mehr Entspannung, ein bisschen Tee, ein bisschen und auch angehen. Und dann atme aus, du mein Knie zurück zum Mittel, breit deine rechte Knie mit deinem linken Hand auf der Außenseite und dreh dich auf deine linke Rüste. Dein Blick auf den Deckel, Veraufnahmen nach innen, Brust geöffnet auf der rechten Seite, die bewegende Drehhaltung mit einer Brustlöhre beurte, und wieder entziehen, soweit du kannst, schau dir das. Und dann wieder einatmen, die Länge durch die Wirbelsäule, bei der Ausatmung, gleich noch ein bisschen tiefer, in einer Rotation, Bauchnabe nach innen, so, und einatmen, wieder zurück zur Mitte. So, jetzt dein linker Fuß abstellen und dann zieh dein rechter Fuß auf deinem Knie. Die Arme nach vorne, rechte Hand durch dieses Loch. Und dann bringe dein Knie direkt in deine Fuß, greif die Hände zusammen, nimm deine linke Oberschenkel. Klassische Dehnung, Haltung. Und zieh jetzt vorsichtig das linke Knie direkt in deine Fuß. Schön sehen, auf der rechten Seite. In der Glitchat, in der Mitte. Also auf jeden Fall in deinen O-Bereich und in deinen Hüfte-Bereich. Auf der rechten Seite. Wenn du dich da fühlst, dann machst du es wieder. Und dann wieder die Einatmen, Knie ein bisschen höher bei der Aufatmen, Knie nach unten. Das ist eine ganz kleine Bewegung. Aber du hast die Kontrolle. Mach vorsichtig. Mach das langsam. Gib dein Körper die Zeit und vor allem deine Hüfte die Zeit. Für die Beine. Und ausatmen. Beide Beine ablegen. Hände auf die Hüfte. Und spür mal nach, fühl den Unterschied zwischen links und rechts. Schaukel mal ein bisschen. Beweg die Hüfte. Schaukel die Beine. Fühl die Lärme auf der rechten Seite in deinen Hüften. Und jetzt zieh die linke Seite. Das rechte Bein gestürzt. Bein aktiv. Zieh deine linke Knie in Richtung deiner Brust. Reiß dein Knie mit beiden Händen. Einatmen. Knie hoch. Aus. Nach unten. Das rechte Bein ist aktiv. Wir sind nach unten getürzt. Und dann zieh deine Atmen. Tiefe Gelenke entspannen. Zunge wieder ausatmen. Ein bisschen tiefer. Und wieder. Volle Dämen. Fühl die Länge in deinen Körper. Und wieder Raum gemacht wird. In deiner Hüfte. Wie das rechte Bein gelang ist. Und sich nach unten drückt. Und wie die linke Seite nach oben gezogen wird. Und dann zieh deine rechte Hand ab. Dann zieh deine rechte Oberstimmenspüe. In die linke Seite nach vorne. Alkwalt die Seite des Bogen. Daumen zusammen. Viel Energie. Und dann drück dein Kinn nach außen, dann immer noch ein bisschen nach oben. Die rechte Seite bleibt auf deiner Matte. Die rechte Beine bleibt aktiv. Und dann drückst du es. Genießt dein Leben. Und richtig spüren, was passiert. Nicht einfach zu leben, aber richtig spüren, was passiert in deinem Körper. Und jede Ausatmung da hinkriegen, wo du es brauchst, wo du loslassen musst. Wo es sich vielleicht ein bisschen blockiert anfühlt. Da ist immer die Ausatmung. Und eine Einatmung, bringe den Knie wieder zurück zur Mitte. Greif dann wieder, rechte Hand auf der anderen Seite. Dann drückst du dich auf der rechten Seite, so wie du siehst du kann. Kopf Richtung Decke, also Blick Richtung Decke. Brust geöffnet auf der linken Seite. Aufnahmung nach innen. Den Knochen lang. Und die Blüten und Dreh halten für deine Füßlerbebeugung. Einatmen, die Länge aus, die Rotativen. Und dann einatmen, die Länge aus, die Länge aus. Zurück zur Mitte, rechte Fuß abstellen. Linke Fuß auf dein rechter Knie und Oberschenkel. Dann einstreckt die Arme, linkes Hand durch das Loch. Und dann greift die Hände wieder zusammen. Und vielleicht reicht das schon. Wenn du hier bestätigst, das ist tatsächlich schon ganz sehr toll. Oder vielleicht auch nicht. Dann einatmen, nach oben, aus, nach unten. Dann lege ich schon deine Füß, rechte Matte. Die Länge seit ist jetzt dran. Also genau hier, da sollst du spüren, die ganze linke Seite. Und du machst das mit deinem Atem. Wieder jede Ausatmung genau dahin bringen, wo die Frau. Die Spannung, deine Muskeln, deine Behebung, die Fasseln. Und wieder die Zeit geben. Dann wieder die Zeit geben. Wieder die Dämen. Und wieder ausatmen. Und wieder gut lassen. Beide Beine nochmal ab. Hände auf die Hüfte. So, ein bisschen schütteln. Ganz schön. Die Wärme in die Hüfte. So, und bringe jetzt beide Knie in Richtung deiner Fuß. Trag die Knie, kräg noch rum. Und dann ein bisschen nach unten. Und dann nach vorne in eine Sitz, eine Haltung. Und dann komm in einen Schneidersitz. Oder halber Lotus, wie du möchtest. Oder vielleicht ein kompletter Lotus. Also, bequem, angenehm. Bauchnabel wieder nach innen lang rücken. Atme ein, bringe die Arme hoch. Und mit Ausatmen. Hände nach vorne. Kommt da noch rum. So, und du kannst nach vorne. Du bist jetzt im Moment gekommen, wo du vielleicht gerne hier einen Block nehmen möchtest. Dann kannst du deinen Kopf da ablehnen. Vielleicht brauchst du keinen Block. Oder du kannst ihn ein bisschen tiefer nach unten. Und dann kannst du deinen Hüfte aus. Und die Bewegigkeit in der Hüfte ist immer sehr persönlich. Sehr abhängig von Person zu Person. Und wenn du nicht frustriert bist, wenn du nicht mit deinem Kopf auf deine Waffe kommst. Und du nimmst einfach die Bewege dahin. Höre, wo deine Wendung ist. Und die Hände nach neben die Hüfte. Und einatmen. So, das klinge ich jetzt noch mal. Und bleib dein Schneidersitz. Mutus, halbem Mutus. Bring jetzt deine linke Hand auf deine Seite. Die Finger zeigen. Also nach links. Lechter Arm zu der Seite. Atme ein, mach dich lang. Blick nach oben. Und mit Ausatmen kommst du nach links. Bauchnabel nach innen. Deine Rücken zu stützen. Blick Richtung Deckel. Und jetzt langsam läufst du über die Fingerspitzen. Deine Hand ein bisschen weiter nach links. So, dass du mit deinem Hand, deinem Arm, die rechte Hüfte zurück nach unten drücken kannst. Also die Hüfte drückt sich nach unten. Und dein Arm streckt sich nach links. Und da ist eine ganz tolle Dämen. Die ganze rechte Seite. Und dein Unterrücken aus. Deine Hüfte. Über deine Fingerspitzen. Die ganze Seite hin. So, und Nummer 7. Ein, mach dich lang. Aus. Erstmal Arm runter. Und ein Atmen. Und du wirst dich wieder hoch. Und fühlst jetzt mal den Unterschied zwischen links und rechts. Andere Seite. Rechte Hand, was wir machen. Linke Arme, die Seite auch nach und nach innen. Atmen. Ein, mach dich lang. Arm ist gut nach rechts. Erdner ein bisschen nicht zu tief. Sofort. Bauchnabel nach innen. Rücken stützen. Jetzt deine Hand. Ein bisschen nach rechts laufen. Nacken entspannt. Und drück dich mit deiner rechten Hand wieder zurück nach unten. Die linke Hüfte Richtung Matte. Spür sofort die Dehnung. Und dein Unterrücken aus. Mach dich lang. Durch deine linke Arm. Durch die Fingerspitzen. Gegen ein Atmen. Die Länge. Durch deinen Arm. Durch die Fingerspitzen. Und bei der Ausatmung erst du dich wieder durch die linke Hand. Durch die Fingerspitzen. Machen wir nochmal ein. Auf. Arm nach unten. Ein, Atme wieder aus. So, dann haben wir jetzt richtig Raum. Im Unterrücken. Im Hüfte. Es bewegt sich alles zu Hause. Komm jetzt mal in dein Vierfüßler. Die Hände und die Knie. Katze, Kuh. Und jetzt mal lieber eine Katze, Kuh. Bring deine Aufmerksamkeit Richtung die Hüfte. Und fühl, was die Hüfte machen. Und was die Muskeln machen. Unter einer Hüfte herum. Arme gestreckt. Nacken entspannt. Füße abgedehnt. Ein Kuh. Die Steißbein mit dem Becken. Kopf nach vorne. Fuß geöffnet. Ausatmung. Die Kasse. Richtig hoch. Steißbein nach unten. Und die Bewegung fängt an in deine Hüfte. Dein Becken kitzelt. Und noch mal eine Aufmerksamkeit. Wieder von deiner Hüfte aus. Die Bewegung. Steh in deine Brust. Den Raum. Dein Ritz. Noch mal ein Kuh. Ausatmung. Ausatmung. Und dann kommen wir zurück in deine Hüfte. Wir sind noch ein bisschen mehr nach hinten. Immer noch ein bisschen kreis. Immer noch einen jetzigen Kreis. Wieder über die Hüfte. Also einatmen. Bring die Hüfte nach vorne. Mal ausatmung. Über die Seite nach hinten. Für die Seite. Einatmen. Wieder nach vorne. Aus. Wieder nach hinten. Nach vorne. Komm ein bisschen durch. Die Hüfte oben. Jetzt mal anerwenden. Oder jetzt über rechts. Also wieder anfangen. Anerwenden. Aus. Nach hinten. Einatmen. Nach vorne. Schultern. Entspann. Einatmung, komm wieder hoch, zurück in vier Füße, auf die Zehen, ein bisschen nach hinten und dann einen kleinen Vorsprung nach vorn, hier mal langsam, diese Halten kann ja nicht fehlen, ich muss jetzt mal wieder schieben, nochmal ein bisschen geöffnet, vielleicht bist du auf die Fußbahn völlig in Ordnung, vielleicht bist du komplett auf die Füße, euch gar nicht, dann machst du auch nicht, dann setz dich hin, Hände zusammen und die Ellbogen der Innerseite hin, öffnen die Füße und den mal langsam, rücken lang oder so lange wie möglich, hier über die Nase, Nasa gleich richten, Hände und Jalimita, und dann füllen die Wanne, der Gewohnnüttel, noch ein tief ein und aus, Fingerspitzen nach der Nase, und wenn die Füße wieder Hüfte breit, atme ein, halbe Vorbeute, und aufatmen, Kinn gebeut, rein bei den Ellbogen, schaukel dich langsam, und wenn du von links nach rechts, wieder leicht vorbeuten, füllen wie schwer dein Kopf ist, füllen wie schwer krass dich runterzieht, und vorbeuten, dann füllen wie schwer krass dich runterzieht, und dann füllen wie schwer krass dich runterzieht, dann füllen wie schwer krass dich runterzieht, und die Füße nach hinten, und komm in deine ersten Herabschauungen um den Mund, Bauch, Nase nach hinten, bewege die Füße�ßen, auf und abrollen, und hier abwechseln, gebeut und gestreckt, und einatmen, Nimm jetzt das rechte Bein hoch. Soll ich dann hier wieder ausatmen, öffne die Hüfte. So, die linke Beine ist stark. Wenn das nicht geht, dann bleiben wir mal in der Lernabstattung im Mund. Machen ein Bein wieder hoch und mit der Ausatmung wieder den rechten Fuß nach vorne. Leg das linke Knie ab und komm dein tiefer Stück. Fühl, gehnen auf der linken Seite, um so tief du kommst, aber vorsichtig natürlich, wie immer. Und achte jetzt, dass dein Knie nicht über deinen Fuß gehen geht, also dann schieb deinen Fuß ein bisschen mehr nach vorn. Nimm die Hände zusammen auf dein Knie, abend ein, rück dich hoch, aber immer noch tief durch die Hüfte. Starke Bauch, starke Rücken. Nochmal einatmen, Brust geöffnet und aus. Hände auf die Fingerspitzen neben deinem Fuß, abend ein, noch mal Brust geöffnet, ausatmen, streck das rechte Bein und komm vielleicht auf die Ferse und nach vorn. Einatmen, kleine Vorbeut, einatmen, wieder zurück nach vorne, durch die linken Hüfte. Und jetzt rauf, abend wieder, streck das rechte Bein, einatmen, wieder nach vorne, tiefen, aus. Einatmen, wieder nach vorne, und wieder aufatmen, komm mal für einen mittel Fuß auf den Stehen. Bring deinen rechten Fuß Richtung die Außenseite deiner Manten, bring beide Hände an der inneren Seite. Und jetzt kannst du wieder auf den Glock reichen, wenn du möchtest. Und du nimmst die Unterarme auf deinen Glock und kommst tief zu krank, durch die Hüfte nach unten. Vielleicht brauchst du keinen Glock. Dann kannst du so auf die Unterarme kommen. Guck mal, was geht für dich. Sei vorsichtig. Ich habe schon zehnmal gehört, glaube ich. Und wenn du möchtest, kannst du versuchen, dein Knie hochzunehmen, durch die Ferse und nach hinten zu drücken. Nacken entspannt. Und achte jetzt darauf, dass dein rechter Knie nicht nach außen rollt, aber versuch dein rechter Knie Richtung dein rechter Schulter zu ziehen. Stark, kräftig. Und für deine Variante, mit Glock und Glock, auf dein Knie, auf die Sehnen. Und aus, Knie nach unten, dann eindrück dich hoch. Und aus, Arme zurück, hingehen, halte die Knie noch zusammen. Kiege deinen Kopf ab, bring die Arme nach hinten. Und schau dir ein bisschen von links nach rechts. Auch über deine Stirn. Kiege deinen Kopf ab, bring die Arme nach hinten. Kiege deinen Kopf ab, bring die Arme nach hinten. Kiege deinen Kopf ab, bring die Arme nach hinten. Kiege deinen Kopf ab, bring die Arme nach hinten. Kiege deinen Kopf ab, bring die Arme nach hinten. Kräftig. perceive er. Unter der rechten Arme hoch, siehst du deinen Fuß? Vielleicht auch nicht. Nürfte Gärten. Aber ein, mit den Beinen wieder hoch. Und mit den Ausatmen. Lüge den Huse nach vorne zwischen die Hände. Rechte Knie abgelegt. Schöner tiefer Stütz. Guck mal, wie tief du kommen kannst. Achte wieder auf dein Knie und dein Fußgelenk. 90 Grad. Binde die Hände zusammen auf dein Knie. Atme ein. Komm hoch. Stärke Bauch und Rücken. Blicke die Nase. Da hänge wir deine Atmung. Super. Ausatmung. Beide Hände auf die Fingerspitzen. Einatmen. Komm nochmal nach vorne. So groß geöffnet. Und aus. Nach hinten. Nimm die Ferse. Nimm die Beine gestrebt. Oder so weit wie möglich gestrebt. Einatmen nach vorne. Aus. Nach hinten. Einatmen nach vorne. Aus. Nach hinten. Einatmen. Und ausatmen. Atmen. Binde den richtigen Fuß auf die Stehen. Binde den linken Fuß ein bisschen nach außen. Greif wieder deinen Block. Rolle ohne Block. Und komm wieder so tief du kannst. So richtig rüchte nach unten. Mach dich nicht spannend. Achte darauf, dass dein Knie nicht so weit nach außen holt. Lass dein Kiengericht in deine linke Schultern. Mach dich nicht spannend vielleicht. Knie wieder hochheben. Und dann auch gleichzeitig Pferd nach hinten rücken. Mach dich stabil. Und bleib mit deinem Atmen. In deiner Variante. So vielleicht ist diese Seite ein bisschen leichter für dich. Vielleicht auch nicht. Links und rechts sind immer wieder unterschiedlich. Immer wieder. So. Und auf. Und dann wieder zurück auf der Matte. Und drück dich hoch. Noch mal zurück. Händen. Händen. Und die Arme nach hinten. Lass die Schultern nicht entspannen. Nichts nein. Nichts nein. Wer sich nicht Intens definiert? mthther. Und dann schweig bei derándte Arthur. Tuomme dich nicht mit. Auf der Einde. das? Ciao einfach. Atem, einmal in den hohen Kniefilter und einmal vor, setz dich wieder hin, kann jetzt die Knie und roll dich auf deinen Rücken und danach noch eine hohe Schulterbrücke und auch jetzt wieder mal richtig fühl, was deine Hüfte macht. Einmal abgelegt, die Füße, die Hüfte breit, die Knie auch und jetzt rückst dich hoch und deine Hände aus, unteren hoch, du sollst dich jetzt auf die Oberarmung gereicht, die Hände zusammen unter deinen Rücken und rück die Hände nach unten weg, rück nach oben, Richtung der Knie und rück und rück in deinem Kinn, diese Kräfte der Gussatmung und genieß und fühl deine Hüfte, fühl deine Kraft, fühl wieder die Dehnung, fühl dich stark, dein und dein Unterrücken ist auch dein Bauch und ausatmen, wieder runter, nochmal die Knie greifen, roll dich von links nach rechts, andere bei den Füßen nochmal hoch, letzte Hüfte ist, aneinander balance nach, die Arme, die Innerseite, greife die Fußgelenke und ruhe dich wieder von links nach rechts. Beine aus, mach dich fertig, fühl dich verlassen und deine Entspannung, vielleicht müsst ihr doch eine Decke nennen oder eine Suche anziehen, also versuch die Beine aus, mach dich fertig, mit der Ärmel zu behalten, dann kommen wir zusammen durch die Rasse nach rechts, ein bisschen verabschieden nachher, aber bleibt noch liegen, so, ein bisschen hier, Po hoch, Hüfte entspannen, ein bisschen schüttern, und dann fühlst du dich, dass die Beine locker sind, die Füße so nach außen gerollt, jetzt die Arme ablegen, Raum in deine Achselhöhe, und steh deine Augen, fühl deine innere Wärme, und dann fühl dein Atem, immer noch durch die Nase ein, aus, fühl dich auch wieder auf sich gewählt, bei jeder Ein- und Ausatmung, und Spann, dann spürn deinen Augenraum, das ganze Gesicht, die Kiefer der Lenkel, dein Mund, bzw. der Hand. Deine Haut, alles entspannt ist und lass es passieren, öffne dich noch ein erstes Mal für deine Entspannung. Knie, das Gefühl in deinem ganzen Körper, noch einmal deine Aufmerksamkeit, du bist in dein Hüftebereich, dein Unterrücken, dein Becken, fühle wie alles warm ist, fühle Raum in deiner Hüfte. Knie, das Gefühl, du machst mit deinen Hüften, dein Stolz darauf, dankbar und zufrieden, wie du deine Rasse machst. Namaste.